So schön es auch ist, aber dafür haben wir jetzt einfach keine Zeit. Kaum haue ich mein Voting raus, da kommt mir folgende Meldung um die Ohren geflogen. Hier, bitteschön. Ich habe kein Twitter, sonst hätte ich es dargeteilt und deswegen mache ich hier das Video. Scheinbar möchte da jemand, dass die Vorlesung nicht stattfindet. Und warum eigentlich der öffentliche Aufruf, um ein Video möglichst schnell und dolle zu flecken, damit es verschwindet, war mir bis jetzt eigentlich nur aus diversen Foren von der... Nein, das sage ich an dieser Stelle nicht, sonst greife ich dem Leseabend vor. Warum dieser jemand, der diesen Tweet geschrieben hat, eigentlich denkt, dass gerade er gemeint ist? Naja, es haben sich bei mir ja einige vorgestellt für eine Gastrolle. Also dann mal gucken, was passiert und viel Spaß beim Leseabend, ja, wenn er dennoch stattfindet. Na dann, tschüss und diesmal ohne Intro.